ok ja herzlich willkommen zu einem let's play minecraft minigame es ist das pong was auch schon zespling let's play hat falls jemand von euch den guckt ist eigentlich ein ganz cooler typ und ja da drüben steht ganz weit in der ferne der john dewan der kann ja mal winken hallöchen hallöchen genau wir machen eigentlich das pong wie zespling nur halt auf deutsch ja das sowieso ja von ihm sind auch die maps tennis und dies mit dem schiff ja und da dachten wir können wir die ja auch noch gleich machen und spielprinzip ist eigentlich ganz einfach das zeige ich euch am besten gleich mal wir haben hier eine wunderschöne kiste voll mit enderperlen und da drüben seht ihr ja beim john dewan so ein paar kiestürmchen und was machst du denn hier und da sind wir in meinen sandtürmchen so eine kleine druckplatten drin und da muss ich versuchen darauf zu lernen und dann habe ich ein punkt gemacht sozusagen und ich probiere es jetzt einfach mal so blau hinein ach okay also das war jetzt leider nichts und dann laufe ich einfach zurück und erst dran ja geht es los ja kann also kann los gehen ja so diese kleinen kommandoblöcke da die haben wir noch mit dazu gemacht wow genau drin und landung okay aber ich bin okay ich habe ich würde ja auch bist richtig gelandet du bist genau drin gelandet ich bin so okay so rennt du bist dran werfen wir mal ein bisschen höher ja ich bin genauso king so ihr seht schon es ist nicht so das actionreiche spiel aber es halt nur gerade für leute die nicht den besten ping haben oh yeah guck mal irgendwie stehst du hüpf mal ein bisschen manchmal passiert ist dass man in einem block seitlich dran hängen bleibt wunderschön hat das sogar schon zwei punkte muss ich mich ein bisschen anstrengen hier um dann noch hinterher zu kommen so vielleicht ach nee das war zu wenig ist viel zu wenig aber die die befehls blöcke sind echt praktisch so gleichstand junge und zwar auch genau die gleichen ja jetzt geht es schwer jetzt geht es an die seiten da nicht regeln ach was ist das ich dachte ich bin ja das ist auch unendlich das ist einfach mal skill ich kann es halt oh man schon wieder so knapp ey den auch mal ey du würfst immer vorbei nein werf ich gar nicht ja klar ja ja du stirb stirb king ich bin wieder drin gelaufen ja genau drin zu landen ist natürlich geil das bekomme ich zwei punkte nein du bist noch nie genau drin gelandet doch am anfang den ersten richtig gut Baby der war richtig gut der war so jetzt aber nichts und ja ja genau rein kann doch nicht vage doch das geil ich finde das war viel cool das spiel Ah, das war zu wenig, oder? Ah, ich hänge, ich hänge am Kiesblock fest. Geh runter, Durst, stirb. Ich schiene wie ein Schwert. Ich bin drauf gelandet. Gar nicht. Nein. Warte. Okay, so, hätten wir das auch geschlärt. Oh. Was war denn das jetzt? Hast du da eine Enderpferle reingeworfen? Nein. Das will ich mal nicht gesehen haben, Junge. Ich warne dich. Warte, ich schaffte noch. Hör auf damit. So, sehr gut. Das war ein Fehler. Wir wollen mal wieder ausgleichen. Dass da Holz-Holz-Trittplatten drin sind. Ja. Steintrittplatten hätten sie eher getan. Ah. Oh, ich stehe. Du hängst. Hüpf hoch. Hier, hier. Ich darf nicht runterfallen. Ja. Das ist so das Geile, wenn man dann an der Wand hängen bleibt. So eine Wachse entsteht auch nur durch Enderperlen. Ja. Ja. Ja, cool. Der soll gut aus. Der wäre beinahe drin gelandet. Ja, cool. Jetzt muss ich mich wirklich langsam anstrengen. Der holt noch auf hier. Pass bloß auf, du. Ja. Nice. Ja. Victory. Guck mal, du hast da noch zwei stehen. Victory. Wollen wir mal ein bisschen bei Nacht spielen? So, Leute. Also, Runde zwei. Ihr seht, es ist Nacht. Und wir haben alles schick beleuchtet, dass man trotzdem noch einigermaßen zielen kann und so. Und ich würde sagen, Verlierer fängt an, also werfen wir an der Enderperle. So, war ja schon mal ein schöner Anfang. So gefällt es mir. Ich bin der Kanken. Was bist du so für ein Cheater? Ich habe einfach Skill. Und da fliegt sie. Ja. Nein. Was ist da los? Was ist da los? Zu weit. Hallo. Verklich zu weit. Ja, wir nehmen mal den Expressweg. Ui. Das ist wie Angry Birds. Oh, ich bin in der Lava bei Nacht. Oh, das war klar. Beim nächsten Mal schaffe ich es. Ja. Cool. Oh, ich bin nickig. Ich habe es wieder geschafft, genau drin zu lachen. Ja, das war eindeutig cool. Und, und, und. Ja. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Da, da. Ja. Und, und. Ja. Ich bin drin. Oh, der ist weg. Nein, er ist auch drin. Nein. 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 Oh, nein, nein. So. Bitte. Nein. Oh, ich stand ja schon drauf. Ah. Wisst. Kann es sein, dass ich führe? Jetzt nicht mehr. Und damit hat er aufgeholt. Ah. War super. Ne, jetzt ist wieder Gleichstand. Jetzt ist wieder Gleichstand. Wie 3-3 oder so? Genau. Okay. Er hat aufgeholt. Eiskalt. Er hat eiskalt aufgeholt. Ja. Ja. Wir haben wieder Gleichstand. Ich kämpfe mit den Gewalten des Internets. Los. Ja. Okay. So. Jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es, jetzt gibt es Beef. Jetzt gibt es Beef. Jetzt gibt es richtig Beef. So. Na, komm. Nein. Mist. Wehe, du machst das jetzt. Schaffst du nicht. Muss ein bisschen höher noch. Das ist so von dort auch gar nicht. Doch, das sehe ich. Du musst auch ein bisschen höher. Ich bin dort immer vorbei. Nein. Nein. Oh, sogar ohne zu bewegen. Perfekt getroffen. Nichts von wegen höher hier. Ja, ich beuge mein Haupt vor dir. Du hast gewandt. Ach, egal. Machen wir mal einen Schneidtag. Das hat keiner von euch gesehen. So. Weiter geht's. Zack. Oh. Und welchen war er. Ich hab nur dich geworfen. Okay, wirf nochmal. Okay, dann darf ich nicht so weit. Und das andere nennst du den Cheating. Und du wirst dir drei Geil zeigen, oder wie? Ich kenne überhaupt nicht. Das hast du alles. Ja, ich will hier. Würde ich jetzt auch sagen. Ähm, warte mal. Das mache ich mal kurz. Und du frisst Katze, frisst Maus, frisst Käse, stinkt Käse, stinkt nach Maus, nach Katze, nach Hund, frisst die Katze. Äh, irgendwie genau dazwischen. Auf welchen hast du jetzt gezielt? Auf den allervordersten. Aber dann darf ich nicht so hoch. Ja, frisst die Katze. Einmal. Ich gewinn noch, pass mal auf. Ja. Oh, das hast du jetzt nicht gesehen? Hä? Ich bin runtergefallen. Ich muss mich nicht runtergefallen. In den Ernst? Ah, na super. Da haben wir was für die Fails. Okay. Warte, ich mache das mal mit Regen aus. Enderpoil. Fliee. Enderpoil Power. Oh, voll dein Leben. Oh, 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 oh. Ich sehe die Stimme. Oh, mit einem Kiesgeladen. So, dann drück mal schön auf den Knopf. Das wollen wir ja den Zuschauern auch mal zeigen, wie das aussieht. Guck, guck. So, einer rund. Und. Tada. Hä? Äh, ein Fiel da da. Oh mein Gott, was machst du denn? Bist du wahnsinnig? Das ist mein Geist. Töte ihn. Oh, 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 oh. Jetzt jemand greift der Wand. Alle auf Erik. Jetzt jemand greift der Wand ein bisschen. Ja. Nein. Alle auf ihn. Nein. Scheiße, ich bin durch den Loch gefallen. Du. Monster. Oder. Da. Du. not war. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020